Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer! Herr Berger, ich muss Ihnen wirklich danken. Sie haben uns ja gerade einen detaillierten Einblick in Ihr intellektuelles und rhetorisches Waffenarsenal geliefert. Also Planwirtschaft, da muss ich sagen, da wird mir Angst und Bange. Haben Sie eigentlich mal ein Unternehmen gefragt, ob die nicht vielleicht einen Plan haben? Also so schlecht sind Pläne an der Stelle nicht. Also die Union belegt hier wieder mal eindrucksvoll, dass sie offensichtlich keine eigenen Ideen außer den rekurrierenden Studiengebühren zum Einzelplan 06 entwickeln möchte. Ich möchte daher vorschlagen, mal zur Abwechslung eine seriöse Analyse dieses Einzelplans vorzunehmen. Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, könnte man zu der Annahme kommen, dass die rot-grüne Landesregierung ihre Hausaufgaben gemacht hat. Eine Steigerung des Hochschuletats um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr lässt diese Vermutung zu. Aber mit Molière lässt sich auch sagen, wie leicht doch bildet man sich eine falsche Meinung, geblendet vom Glanz der äußeren Erscheinung. So ist das mit Statistik. Denn in der Aufbereitung der Zahlen kann auch festgehalten werden, dass die Ausgaben bereinigt nach Durchlaufposten wie den BAföG-Geldern oder den Programmmitteln eher stagnieren, teilweise sogar zurückgehen. Mit dieser Bewertung befinden wir Piraten uns übrigens in prominenter Gesellschaft. Prof. Sternberg von der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen stellte fest, dass die Budgets der Hochschulen bereinigt um Hochschulpakt und Qualitätsverbesserungsmittel in den letzten Jahren stagnierten oder sogar gesunken sind, die Hochschulen auf der anderen Seite aber immer neue Aufgaben wahrnehmen sollen. Das lässt bei uns die Alarmblocken klingeln und zeigt nur, dass sich nicht wirklich viel geändert hat bei der chronischen Unterfinanzierung der nordrhein-westfälischen Hochschulen. Das von Ihnen vorgelegte Zahlenwerk ist jedes Jahr wiederholt ein Dokument dieser Unterfinanzierung. Mit der von Jahr zu Jahr steigenden Auslastung wird es in den Hochschulen immer enger. Das hat eine klare Qualitätsverschlechterung zufolge. Denn Geld ist nicht immer gleich Geld. Wir müssen unterscheiden zwischen Grundfinanzierung und Programmmitteln. Die Probleme der Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs sind noch längst nicht ausgestanden, wie die Studierendenzahlen zum neuen Semester gerade belegen. Globalhaushalte sind für die Hochschulsteuerung, für die einzelnen Hochschulen ein Segen. Erlauben Sie es doch, eine kreative Verwaltung des Mangels zu betreiben durch Umschichtungen in den Haushaltstiteln sowie zwischen den Fakultäten. Ist es das, was den Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen weiter nach vorne bringt? Da haben wir unsere berechtigten Zweifel. Denn gerade das Prinzip der Globalhaushalte hat mittlerweile eine sich verstetigende Kultur der Intransparenz zufolge. So ist es erklärlich, dass in der Anhörung zu unserem Antrag zur Hochschulfinanztransparenz sich Experten verwundert die Augen rieben, wie wenig über die Mittelverwendung im Haushalt tatsächlich zu finden ist. Besonders die Aussage von Herrn Dr. Nonne aus Marburg ist hier weit mehr als bloß ein Indiz für die fehlende Transparenz. Herr Dr. Paul, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Schultheits zulassen? Ja, bitte. Herr Kollege Dr. Paul, Sie erwähnten Ihr Gespräch mit Herrn Prof. Sternberg. Ich habe da einen Informationsbedarf. Hat er die Forderung gegenüber Ihnen aufgestellt, dass er die Globalhaushalte abschaffen möchte? Nein, die Forderung hat er nicht aufgestellt. Aber wir dürfen ja unsere Schlüsse ziehen aus seiner Aussage. Besonders die Aussage von Herrn Nonne aus Marburg ist hier weit mehr. Er konstatierte, dass ihm als Außenstehenden bei einem Blick in den nordrhein-westfälischen Landeshaushalt die Kinnlade runterfällt, vor Überraschung, wie wenig Informationen über die Hochschulfinanzierung im Haushaltsplan zu finden sind. O-Ton aus der Anhörung, Herr Präsident. Man liest einen blanken Betrag, aber wie diese Beträge zustande kommen, können Sie im Haushalt überhaupt nicht erkennen. Zitat Ende. Und über solche Haushalte sollen wir hier entscheiden? Es zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Haushalt, dass die Mittel nicht ausreichend sind. Auch bei der leistungsorientierten Mittelvergabe weht uns ein eisiger Wind entgegen. So fordern die Fachhochschulrektoren für 2014 und 2015 ein Aussetzen dieser leistungsorientierten Mittelvergabe, um eine neue, adäquate Hochschulfinanzierung zu schaffen. Und in dieses Bild passt auch, was das von Ihnen, Herr Berger, so geschätzte Zentrum für Hochschulentwicklung in seinem aktuellen Arbeitspapier Nummer 173 die Hochschulleitungen gefragt hat, nämlich welche Mechanismen der Projektgestaltung Sie für zielführend halten. Bei einer möglichen Mehrfachnennung haben nur 20 Prozent der Befragten finanzielle Anreizsysteme und leistungsorientierte Mittelvergabe als gutes Führungselement genannt. Leistungsmessungen und Leistungsvergleiche sind gar nur von 16 Prozent genannt worden. Aber die Landesregierung bemüht sich ja, die Finanzierung anzugehen, Frau Ministerin Schulze. Das muss durchaus anerkannt werden, aber nach unserer Auffassung bleiben Sie auf halber Strecke stehen. So sind zum Beispiel auch die 20 Millionen für gestiegene Energiekosten im Grunde nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sicherlich können Sie, Frau Ministerin, nicht alle Versäumnisse der letzten Jahrzehnte aufarbeiten, aber ein wirkliches Bekämpfen dieser strukturellen Unterfinanzierung ist ebenfalls nicht erkennbar. Und jetzt erfahren wir aus dem gerade veröffentlichten Koalitionsvertrag, dass auch die Grundfinanzierung der Universitäten in Deutschland eine Rolle spielen soll, bei den insgesamt entstehenden Mehrkosten von 20 Milliarden Euro ist die Finanzierung noch nicht klar. Und wir müssen uns wirklich fragen, wie da etwas umgesetzt werden kann. Frau Ministerin Schulze hat in der mündlichen Vorstellung des Einzelplans 06 Folgendes gesagt, ich zitiere mit Erlaubnis, der Entwurf des Einzelplans für das Haushaltsjahr 2014 beweist, dass wir es mit unserem Versprechen, beste Bildung für alle zu garantieren, wirklich ernst meinen. Es fließen zusätzliche Mittel in die Verbesserung der Studienbedingungen und in ein gerechtes Bildungssystem. Das können wir anhand der Zahlen allerdings nicht feststellen. Denn wenn man die Zahlen mit den vertraglichen Bund-Ländermitteln bereinigt, dann stagniert die Hochschulfinanzierung, ich hatte es schon gesagt, seit Jahren. Und durch Elemente wie die leistungsorientierte Mittelvergabe wird die Bilanz im Grunde noch schlechter. Frau Schulze sagte weiter, die Entwicklung des Einzelplans 06 seit 2010 zeigt, die Investitionen in Bildung, Forschung und Lehre liegen mit dem Haushaltsentwurf 2014 um 36 Prozent über dem Niveau von 2010. Wir haben also eindeutig einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik eingeleitet. Hier bleibt für uns die Frage bestehen, ob Paradigmenwechsel tatsächlich in Prozent zu messen sind. Was das denn genau sein soll, das konnten Sie im Ausschuss nicht wirklich beantworten. Ein bloßer Verzicht auf Studiengebühren, das war Ihr Hinweis, reicht nach unserer Auffassung da nicht. Aber vielleicht können Sie ja heute mit neuen Erkenntnissen die Begrifflichkeit des Paradigmenwechsels da Licht hineinbringen. Diese Wahrnehmung bei einer fehlenden Grundfinanzierung der Hochschulen von ca. 800 Millionen Euro nur in Nordrhein-Westfalen, die würden wir gerne erklärt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Vielen Dank.